Hallo Leute, ich bin die Anästhesistin von Dr. Schlafmohn. Den ersten Teil der WHO-Checkliste sind wir vor der Narkoseeinleitung schon durchgegangen. Wir haben dann ein PDK gelegt und die Vollnarkose eingeleitet. Dann sind wir von der Einleitung in den OP gefahren und haben auf die Operatörer gewartet. Der Patient wurde von Dr. Bibber gelagert und Dr. Wippel hat das nochmal korrigiert und eine Probelagerung durchgeführt. Jetzt sind die Operatörer gewaschen und alles ist bereit zum Schnitt. Der richtige Zeitpunkt also, um das Team-Timeout durchzuführen. Das macht bei uns die Anästhesistin, also ich. Okay Team, seid ihr alle bereit für das Abarbeiten der Timeout-Checkliste? Ja, wir sind bereit! Oh, es ist schon halb zehn. Schnitt! Warten Sie, Dr. Wippel, wir müssen doch erst das Timeout zusammen machen und die Checkliste durchgehen. Ja, denn dann zu! Okay Leute, das ist die erste Operation heute und wir haben einen neuen Springer. Also sollten wir uns erstmal einander vorstellen. Ich bin Frau Schlafmohn, die Anästhesistin. Günther Güdel, Anästhesivpfleger. Dr. Wippel, ich bin der Operateur. Ich bin Dr. Wippel, chirurgischer Assistent. Und ich bin Peter Plietsch, der PJ-Tler. Babette, Arthur-Schülerin, ich instrumentiere. Hallo, Stefan, neu im Team. Ich bin der schnelle Springer. Willkommen, Stefan, im Team. Unser Patient ist Herr Arthur Appendix zu einer Hemikolektomie rechts, laparoskopisch. Können das alle bestätigen? Ja, Alter! Alles klar. Dr. Wippel, gibt es bei dieser OP irgendwelche kritischen Schritte oder spezielle Risiken, über die das Team informiert sein sollte? Hm, ich glaube, es ist alles ziemlich verwachsen. Vielleicht müssen wir aufmachen. Wie lang ist denn die geschätzte OP-Zeit? Ich denke mal zwei Stunden, wenn es laparoskopisch geht. Dr. Wippel, wir haben vier Konserven. Wie groß wird der Blutverlust sein? Nein, kein großer Blutverlust. Außer wenn Dr. Wippel das operiert. Hohoho, dann wird es ein Blutbad. Aber keine Angst, das werde ich zulassen. Hohoho, köstlich, Dr. Wippel. Aber nun zu unserem Patienten. Der hat nämlich einen Hypertonus und ist sonst gesund. Oder, Günther? Naja, Anämie von 9,6. Oh, falls wir noch Blut geben müssen, legst du noch einen zweiten Zugang, Günther? Kein Problem. Ich lege noch ein großes Rohr auf dem Handrücken und mache einen Bettzeit-Test. Alles klar. Babette, wie sieht es aus mit Sterilität von Instrumenten und Implantaten? Alles bestens. Mein Material ist vollständig und bereit. Prima. Hat noch irgendjemand irgendwelche Sorgen, Anmerkungen oder Ideen, die er uns mitteilen möchte, bevor es losgeht? Ja, Dr. Wippel, wie wahrscheinlich ist das denn, dass wir umsteigen müssen? Soll ich mir die Siebe schon mal herholen lassen? Ja, gute Idee. Das kann gut sein, dass wir umsteigen müssen bei dem verwachsenen Bauch. Günther, hast du die Antibiotika gegeben? Na klaro. 500 Milligramm Klont und 2 Gramm Zerftreaktion. Genau wie es in der Ablaufsteuerung stand. Prima. Und Thromboseprophylaxe sind die Wadenpuppen an? Das kann ich bestätigen. Das vibriert die ganze Zeit schon einmal im Oberschenkel. Diesel an. So, Timeout abgeschlossen. Sie können beginnen, Dr. Wippel. Okay, Babette. Her mit dem Skapell. Biber, pass auf. So, das war das Team Timeout. Als nächstes folgt das Sign-Out als dritter Punkt der WHO-Checkliste zum Ende der OP. So, das war das Team Timeout.